Jetzt habe ich eine zwanzigstel Sekunde ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600, ISO 51200, ISO 1002400, ISO 2004800, ISO 20000, 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 ISO 20000 So 320.000. Das ist eigentlich schon ein ganz gutes Nachtsichtgerät. 30 Sekunden ISO 100. ISO 125. ISO 160. ISO 200. ISO 320. ISO 400. ISO 800. ISO 1600. ISO 3200. ISO 3200. ISO 3200. ISO 6400. ISO 6400. ISO 12800. ISO 12800. ISO 25600. ISO 25600. ISO 320. ISO 3200. ISO 3200. ISO 200. ISO 200. ESO 204.800, ESO 320.000, ESO 409.600. Jetzt könnte ich theoretisch noch die Belichtungszeit verlängern, also ich sage, statt einer dreißigstel Sekunde könnte jetzt eine fünfzehntel Sekunde nehmen, oder eine achtel Sekunde. Oder das Maximum wäre dann eine viertel Sekunde. Eine achtel Sekunde nehmen, oder eine zwanzigstel Sekunde. Eine zwanzigstel Sekunde, ESO 409.600. Und dann. Mhm. Mhm. Mhm.